Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Gefangene ausgetauscht. Das teilten beide Seiten mit. Demnach kamen 230 ukrainische Soldaten und Zivilisten frei. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky freute sich auf X über diese guten Nachrichten. Das russische Verteidigungsministerium teilte seinerseits am Mittwoch mit, dass insgesamt 248 russische Soldaten nach schwierigen Verhandlungen, an denen auch die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt waren, aus der Ukraine nach Russland zurückgekehrt seien.